ich brauche halt mit allem hilfe oder ich habe fast kein leben keine batterie ich bin einfach komplett meyer psychose habe ich ja ich bleibe hier umschauen da ist einer, da ist einer, da ist einer, da war keiner, da ist einer da die psychose ist so anstrengend gibt es hier einfach kein dienst ich sollte den halt weglocken vielleicht langfristig weglocken da kommt noch einer jetzt ist der nächster da ich hab den an nicht raus, nichts wieder zu dominik ja ist ja logisch aber wieder rauslaufst es halt da kommt die dritte eine maschine dann sobald einer ablenkt ich glaube die bleiben da nämlich jetzt stehen ich bin tot ich kann nicht, alle drei habe ich ich schiebs rein ja, unnötig wieso ich bin, ich will nicht etwa gelenkst die abwärts sind drei gegner ich bin, ich habe ich kann nicht, ich habe ich komme nicht vectors ich kann nicht mehr jetzt wieder alle nette und vielleicht meine Liebe sie sind so gut bringen jetzt хочет worden vor lista los den Wir sollten jetzt einmal anfangen, um wieder zusammen zu spielen. Ich habe einen, ich weiß nicht, wo die anderen zwei sind. Ja, Norbert bringt sie immer wieder her. Bei mir ist der Fettner. Der Mist, der mit seinem Schwerd, mit seinem Psycho-Schwert. Bei mir ist halt noch einer, das gibt es hier nicht, aber... Ich weiß nicht, ob wir nach oben sind. Ich weiß nicht, ob wir nach oben sind. Ich weiß nicht, ob wir nach oben sind. Ich bin tot. Nein, nein, doch nicht. Ja, ich komme schon, ich kann nicht schneller. Ich werde verfolgt und ich habe gar nichts. Ich bin tot, ja. Ja, ich kann nicht. In mir laufen drei Leute hinterher. Hinter mir laufen dort sind drei Gegner. Ich muss irgendwo hin. Ja, wer ist zu uns gekommen? Da geht nicht, weil da ist mal einer entgegengekommen, der euch nachgelaufen ist. Da geht nicht, weil da ist mal einer entgegengekommen, der euch nachgelaufen ist. Ja, der ist so wuscht. Ich lau mit, lau mit. Ich seh jetzt halt nichts mehr. Ich auch nichts, ich hab. Keine Nachtsicht, ich auch nichts. Alex, ich hab Heilung für dich. Da, Alex. Oh, Alter. Ich werde mir nicht falsch, oder? Weiß ich nicht. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ja, da. Halsche Richtung, Alex. Nach links. Aber da hinten ist. Hä? Da aus? Ja, aber wir sind doch von der gekommen, der Shuttle ist dort. In die andere Richtung, Alex. Es kann sein, dass ein anderer Shuttle ist. Das muss ja nicht der Shuttle sein. Glaube ich nicht recht, dann kehren wir zum Shuttle zurück. Aber wir sind ja bei der letzten Mission sind wir auch durch alles durchgegangen und auf der anderen Seite war das Shuttle. Ja, aber das stand vor allem dann ausgegangen, dann kehren wir zum Shuttle zurück. Ich glaube wir müssen ganz zurück, Alex. Na gut, dann gehen wir mal ganz zurück. Wo hast du eine Batterie, oder? Ich brauche alles. Ich bin... Ich spiel schon seit... 20 Minuten ohne Batterie. Ich hätte uns trotzdem gehört, oder? Oh ja, ja. Ja, hast recht. Ich glaube wir sind gleich da. Da geht's aber nicht durch, oder? Ich glaube wir hätten da einfach durchgehen können, durch diese Shuttle. Ich möchte nichts riskieren. Jetzt auch nicht mehr, wir hätten da einfach durchgehen können. Da sind die alle da. Ja, ich warte noch auf Norbert. Ich halte. Ich halte. Na, geh du durch. Wo gehst du raus? Wo bist du Norbert? Norbert ist vorbeigelaufen. Ich halte weiter. Geh du vielleicht schon drücken auf den Shuttle. Norbert komm. Achso, ja. Passt. Danke. Fuck. Ich... Ich kenn mich nicht mehr aus. Da kann man nicht durch. Bei mir, bei mir. Ich werde das auch. Kann mir jemand helfen? Ja. Okay. Wurscht, ich drücke mal. Sind schon gleich da. Okay, drücke mal. Abgedrückt. Was kommt. Was kommt. Renn. Renn, Norbert. Ich lenk sie schon ab. Woffen. 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 BG-Burschen. Woffen. Was sehr, sehr anstrengendes. Ja, das bestimmt. Ich finde es halt anstrengend, wenn da 5 oder 6 Leute gleichzeitig sind. Ja, wir müssen das koordiniert auf jeden Fall. Was will ich denn mal machen? Ja, trotzdem. Du bist alleine und es sind 3 Räder. Na gut, ich glaube da sind sie nicht so aktiv. Weil wir locken sie uns ja auch gegenseitig an dann quasi. So, Mann. Mh. Mal, der einer rennt mit dem. So. Ich habe es auf jeden Fall in C'erlone gespielt. Ich habe wieder 2 Punkte zu machen. Das ist Level 40. Ist vielleicht jemand anderer da. zwei sachen gibt es die dame und den herrn nur die zwei ziemlich wenig eigentlich das ist ja noch am anfang nur drei kapitel geben es gibt schon fünf ein jahr wollen sie supporten erspielen dann wird es wahrscheinlich eine beta gehen und ich kann nicht in räume gehen warum können manche in räume triggert mich ich kann da zum beispiel kann ich kann nur mal eingehen jetzt jetzt wieder nicht als hätte das aber dann fernseher oder raus aus meinem zimmer ich muss jetzt aber mit ich gehe noch alle wenn es mein hund das ist gut bis dann jetzt wirklich mein hund eigentlich verschöpfte ich nicht länger Ich hab schon festgestellt, Alex, das bringt ziemlich viel, dieses Nicht-Erschöpfen. Nicht-Erschöpfen? Ja, wenn ich jetzt schon jemanden von euch helfen will, dann sind die immer... Du, man ist es von fein gepackten Freunden zu helfen. Naja, wenn ich jemandem helfen will, dann kann ich nämlich nicht weg sprinten. Nur, das ist ja mein Nachteil gewesen. Jetzt hab ich eins gewählt, das ist ganz gut eigentlich. Mal kurz sehen, was der andere kann. Damit bietet. So, was bietest du mir? Ich kann jetzt mit meinem Röntgenblick auch Ressourcen sehen. Medizin-Batterien, Adrenalin, Südsteine, Flaschen, Dietricher Spritze. So, das ist schon ganz praktisch an mich. So, weil ich einfach da drüben bin. So, mein Ziel ist jetzt fertig. So. So. Man kann seine Na gut